Hi, ich bin Sarah aus Hannover. Das sind meine Eltern. Mein Vater kommt aus Istanbul. Meine Mutter nicht. Sie ist Deutsche. Die beiden haben sich gerade getrennt, weil... na egal, sie haben sich eben getrennt. Und das ist Kata, meine beste Freundin. Zumindest war sie das bis vor kurzem. Bis zu der Sache mit Karl und meiner Mutter. Echt blöd. Zum Glück lebt meine Oma in Istanbul und ich kann sie in den Ferien besuchen. Istanbul ist laut, dreckig und die schönste Stadt der Welt. Voller Glitzer, Geheimnis und Zauber. An jeder Ecke Magie und das Meer vor der Tür. Viel zu schnell vergeht die Zeit. In Hannover kommt mir dieser Junge in die Quere, der über uns im Haus wohnt und mich ständig vollquatscht. Er macht eine Party und Kata will unbedingt mit mir hingehen. Aber ich will nicht. Und trotzdem, sie schafft es bestimmt. Ich sehe mich da schon rumstehen. Ich kenne da ja niemanden. Und ihm habe ich nun wirklich nichts zu sagen. Glaub ich. Ich sehe mich da schon rumstehen. 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 Ich sehe mich da schon rumstehen.